Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 146 vom 18. Juni 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, ich bin Jurist aus Berlin und am anderen Ende der Leitung. Philipp Hansel, ganz herzlich willkommen, ich bin Journalist und wie immer machen wir das Zusammenkehren, die Ereignisse der Woche, soweit wir sie für interessant und relevant halten, zusammen. Wir machen ja auch immer Shownotes und um unsere Quellen, auf die wir uns beziehen, transparent zu machen und die findet ihr natürlich in den Shownotes, also in eurer App, aber eben auch als Newsletter, könnt ihr sie abonnieren unter lagedernation.org-newsletter. Ja, weiß nicht, ich war, das vielleicht, das wollte ich jetzt nicht so als einzelnen Blog machen, aber das fand ich vielleicht für alle, die hier zuhören, doch ganz interessant. Ich war letzte Woche zum Interview für ein Medienradio, also einen anderen Podcast von mir, findet ihr unter medienradio.org, zu einem Interview im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bei Marcel Fratscher, dem Leiter dort, der war auch letztens hier kurz in einem Interview zu hören. Und der hat so nebenbei fallen lassen, dass sich seine Leute mal diese Rezo-Interviews angeschaut haben, beziehungsweise das Rezo-Video angeschaut haben, der ja auch sehr viele Quellen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung verlinkt hat und sich darauf bezieht. Und, was haben sie rausgefunden? Ja, also sie sind zumindest auf keine Fehler gestoßen, ich weiß jetzt nicht, wie sehr, ob sie das jetzt so klassisch, so richtig Faktchecker-mäßig gemacht haben, so Wort für Wort und Link für Link, aber sie haben sich das wohl zumindest mal angeschaut und sagte, so Fehler hätten sie da nicht gefunden. Das klingt doch erstmal gut. Ja, das klingt doch erstmal gut. Also mit anderen Worten, Rezo ist ein kleiner Zerstörer, aber kein Pfuscher, das hören wir doch ganz gerne. Ja, aber bevor es jetzt so richtig losgeht mit unserem, mit unserem Programm für diese Woche, haben wir noch eine klitzekleine Unterbrechung. Werbung. Ihr müsst in diesem Jahr eure Einkommensteuererklärung ja schon am 31. Juli abgeben. Wenn euch das jetzt stresst, könnt ihr zur VLH gehen, zur Vereinigten Lohnsteuerhilfe, denn hier gilt diese Frist nicht, sondern ihr habt Zeit bis Ende Februar 2020. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, VLH, die gibt es schon seit über 45 Jahren und sie ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile über einer Million Mitgliedern und die haben 3000 Beratungsstellen bundesweit und somit auch Berater in eurer Nähe. Die VLH ist somit eine prima Alternative zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommensteuererklärung geht, denn die Kosten sind da sozial gestaffelt und von eurem Einkommen abhängig. Ihr müsst nur Mitglied werden und die Aufnahmegebühr von 10 Euro, die wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr bis zum 31.12., also bis zum Ende des Jahres, einen Beratungstermin vereinbart, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch was gewinnen, nämlich satte 2019 Euro. Wie das geht und was ihr dafür tun müsst, das findet ihr unter dankevlh.de. Also, mitmachen lohnt sich jetzt doppelt, als Mitglied bei der VLH und beim Gewinnspiel 2019 Euro Gewinn. Schaut mal rein unter dankevlh.de. Wir haben letzte Woche schon darüber berichtet. Und nun verdichten sich die Anzeichen ganz erheblich, dass wir es in Deutschland mit einem Mord an einem Politiker durch einen Neonazi, durch einen Rechtsradikalen zu tun haben. Wir haben, wie gesagt, es geht um den Regierungspräsidenten Lübcke, der wurde Anfang Juni durch einen Kopfschuss ermordet in seinem Haus. Und der hatte sich ja jahrelang für menschliche Behandlung von Geflüchteten eingesetzt und hatte auch mal bei einer Veranstaltung irgendwann gesagt, seinen Kritikern entgegengestellt. So nach dem Motto, das sei jedem freigestellt, Deutschland zu verlassen, der eben sich nicht auf diese christlichen und ansonstigen demokratischen Werte stützen möchte und mit dieser Flüchtlingspolitik entsprechend nicht einverstanden ist. Und das hatte halt in rechten Netzwerken ja für sehr, sehr viel Kritik nicht nur gesorgt, sondern eben auch dafür gesorgt, dass er Morddrohungen bekommt. Man hat seine private Anschrift veröffentlicht und es gab auch richtig Mordaufrufe in rechten Medien. Ja Ulf, und jetzt wird es deutlicher, es wurde jemand festgenommen und es ist ein mutmaßlicher Täter, so viel muss man sagen. Er ist nicht verurteilt, er sitzt in Untersuchungshaft, aber es deutet einiges darauf hin und sein Hintergrund, der ist ziemlich klar rechtsradikal. Ja, das muss man sagen, dieser bisher ja nur befürchtete rechtsradikale Hintergrund der Tat, der ist wohl doch real. Man könnte fast sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich also um einen rechtsradikal motivierten Mord. Der Tatverdächtige Stefan E. 45 stammt aus dem Osten Kassels. Ja, Kassel, eine der Hochburgen der rechtsextremen Szene leider in Deutschland, ja auch Tatort unter anderem der Tatserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Dazu kommen wir gleich nochmal und ich sage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weil die Beweislage doch ziemlich erdrückend aussieht. Es wurde also DNA von Stefan E. an der Kleidung des Opfers gefunden, so hat die Polizei bekannt gegeben. Und natürlich, klar, DNA kann auch mal verschleppt werden, weil man ja auch kleinste Materialspuren inzwischen nachweisen kann. Es ist also jetzt, wie soll ich sagen, kein Live-Video der Tat. Es ist halt DNA von ihm gefunden worden, aber das heißt nicht automatisch, dass er die Tat begangen hat. Nein, das muss man immer sagen. Aber wie gesagt, die Beweislage sieht doch ziemlich erdrückend aus. Es wurde untersuchungshaft angeordnet wegen dringenden Tatverdachts. Und dieser Stefan E., und da wird es jetzt zugleich spannend und gruselig, Stefan E. ist nicht irgendwer. Stefan E. ist ganz im Gegenteil ein Mann mit 25 Jahren rechtsradikaler, gewalttätiger Vergangenheit. Also er hat über viele, viele Jahre enge Kontakte zur rechtsradikalen Szene gehabt, soll also über die Formation Combat 18 und das Umfeld der NPD Kontakt zu allen möglichen Neonazis gehabt haben. Und er hat seine Karriere auch schon sehr früh begonnen. Da haben jetzt verschiedene Redaktionen in dieser Woche interessante Informationen zusammengetragen. Die Zeit zum Beispiel weiß zu berichten, dass E. schon 1993, also im Alter von 20 Jahren, mit einer Rohrbombe eine Asylbewerberunterkunft angegriffen hat. Da hat er nämlich ein Auto in Brand gesteckt neben einer Asylbewerberunterkunft und hat auf der Rückbank eine Rohrbombe platziert. Und als dann die Bewohner versucht haben, dieses Auto zu löschen, hätte die Bombe eigentlich explodieren sollen. Ist sie nicht, aber wäre das passiert, dann wären diese Menschen mutmaßlich schwer verletzt oder sogar getötet worden. Dafür gab es damals eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung, 1993 wohlgemerkt schon. Er war auch Thema im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen. So berichtet der Spiegel, wurde als gewaltbereiter Rechtsextremist geführt, fiel immer wieder auf wegen Gewaltdelikten, Verstößen gegen das Waffengesetz, Eigentumsdelikten. Und vor zehn Jahren wurde er gemeinsam mit etwa 400 autonomen Nationalisten in Dortmund schon mal von der Polizei festgesetzt. Dort hatten nämlich Rechtsradikale eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, am 1. Mai attackiert. Und damals gab es dann sieben Jahre Haft auf Bewährung. Und dazu muss man sagen, Stefan E. ist leider Gottes aber auch kein völliges Unikat, sondern nach Polizeieinformationen einer von, man halte sich fest und schnalle sich an, 12.700 gewaltbereiten Rechtsextremisten im Land, die die Ermittlungsbehörden auf dem Schirm haben. Also Dunkelziffer kommt nochmal dazu. Und er war noch nicht mal einer, der als besonders gefährlich galt. Nee, das heißt also, es ist einer, ein vergleichsweise ungefährlicher Nazi quasi, der aber jetzt, jedenfalls so die prognostische Einschätzung der Polizei, aber eben doch jemand, der jetzt mal zugeschlagen hat. In dem Kasseler Mordfall ermittelt inzwischen der Generalbundesanwalt. Die Ermittler gehen nämlich von einem rechtsextremistischen oder rechtsterroristischen Hintergrund aus, allerdings bislang noch nicht von einer terroristischen Vereinigung. Das müssen also die weiteren Ermittlungen zeigen, inwieweit Stefan E. da in eine Struktur eingebunden war. Ja, mit anderen Worten, das ist als solches ja schon schockierend genug, ja, wenn ein Mensch aus politischen Gründen ermordet wird, der in Deutschland politische Verantwortung trägt, sich großen Respekt über alle Parteigrenzen hinweg erworben hat. Aber Philipp, das wäre natürlich als solches schon Grund genug in der Lage zu berichten, aber wir haben zwei weitere Punkte, die wir in diesem Kontext machen wollen. Das eine haben wir mal so mit Bigger Picture 1 überschrieben, denn es gibt ja, man muss das ja so ein bisschen in einen Kontext stellen, ne? Ja, also das ist ja immer so die, sagen wir mal, wie sagt man so, ein Reflex von vielen, ja, ist eine Einzeltat. Ja, es gibt halt ein paar Verwirrte und mein Gott, passiert halt mal, so wie andere Morde passieren. Aber in dem Fall, glaube ich, verdichtet sich jetzt einfach ein ziemlich erschreckendes Bild. Also wir haben, was schon, sagen wir mal, so eine Vorstellung davon entstehen lässt, dass wir es in Deutschland mit einer großen, organisierten, extrem gewaltbereiten, rechtsextremistischen Neonazi-Szene zu tun haben, die auf allen Gebieten, A, für Angst und Schrecken sorgen zum Teil in einigen Gebieten, aber eben auch vor Morden nicht zurückschrecken. Und dass der NSU eben kein Einzelfall war, sondern Teil einer jahrelangen Phänomenkette. Also wir haben Henriette Reker, die war oder ist Oberbürgermeisterin, ist in Köln, wurde 2015 von einem fanatisierten Rechtsradikalen, ist sie erstochen worden oder wurde sie verletzt? Verletzt, sie hat gerade knapp überlebt. Hat überlebt, ne. Andreas Holstein war auch Bürgermeister in Altena und bekam 2017 einen Messer in den Hals gestochen von einem aufgebrachten Flüchtlingshasser. Und natürlich den NSU, rechtsradikale Terrorzelle, zwischen 2000 und 2007 neun Menschen umgebracht, mit Migrationshintergrund und einer Polizistin. Drei Sprengstoffanschläge, diverse Raubüberfälle. Also und dazu gibt es diese ganzen rechten Polizeichats, über die wir schon gesprochen haben, über Hannibal, dieses zumindest rechtsradikal inspirierte Netzwerk, auch unter Mitgliedern deutscher Sicherheitsbehörden. Das ist einfach sowas von schockierend, wie viele Taten eben mit rechtsradikalem Hintergrund begangen worden sind. Mir ist noch auf Twitter aufgefallen, eine Serie, die Alexander Narbert getwittert hat, der ist Journalist, unter anderem arbeitet er für die Taz. Und der hat sich aufgehängt quasi an einem Statement von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der meinte also, kaltblütige rechtsextreme Morde hätte er seit den NSU-Morden nicht mehr für möglich gehalten. Der NSU hat sich ja 2011 selbst enttarnt. Und da hat der Alexander Narbert auf Twitter einfach eine Serie getwittert von rechtsextremen Mordtaten, die bekannt geworden sind. Es gibt natürlich eine große Dunkelziffer. Da wird 2012 ein junger Arbeitsloser in Suhl von drei jungen Rechtsextremen erpresst, gequält und ermordet. Die Richterin führt das auf eine sozial-darwinistische Lebenseinstellung der Täter zurück. Der Sexualstraftäter, Karl-Heinz L., wird von einem Neonazi mit einem Brotmesser umgebracht. Dann durchsucht man und bei dem Neonazi findet man zu Hause ein T-Shirt Todesstrafe für Kinderschänder. Und so weiter und so weiter. Also wir verlinken diese Tweetserie mal in unseren Shownotes. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen, aber das ist außerordentlich eindrucksvoll, was der Alexander Narbert da alles dokumentiert. Und man muss halt einfach sagen, von Einzelfällen zu reden, ist einfach eine groteske Verharmlosung. Philipp, und du hast mal rausgesucht, einen Beitrag aus dem Deutschland. Deutschlandradio, da hat jemand nämlich den Terrorexperten Daniel Köhler interviewt. Ja genau, also das Ding ist interessant, das ist ein Feature, ein längeres, in der Reihe Zeitfragen erschienen, im Deutschlandfunk Kultur von meinem Kollegen Philipp Schnee vor einem Jahr, März 2018. Und da wird Daniel Köhler als Terrorexperte eingeführt, weil er, sagen wir mal, sehr akribisch zusammengesucht hat und eine Datenbank erstellt hat mit Gewaltakten von Nazis. Also er hat durchforstet Verfassungsschutzberichte, Gerichtsurteile, Presseartikel, Archive ausgewertet. Und Ergebnis ist eine Datenbank, die vereitelte und erfolgreiche Taten zwischen 1971 und heute, also 2018, auflüstet. Und dabei ist rausgekommen, dass es auf das Konto von Rechtsradikalen und Neonazis seitdem zwölf Empführungen gehen, 174 bewaffnete Überfälle, 123 Sprengstoffanschläge, 2173 Brandanschläge, 229 Morde mit rechtsextremen Motiven. 229, muss man sich mal überlegen, ja. Mit rechtsextremen Motiven. Und seit 1963 hat er 92 rechtsterroristische Gruppen und Einzelpersonen identifiziert. Und er sagt in diesem Feature, was wir natürlich auch verlinken. Die Zahlen sind relativ das Minimum von dem Feld an rechtsextremer terroristischer Gewalt, das wir in Deutschland bekanntermaßen wissen. Ich gehe davon aus, dass das Dunkelfeld um einiges größer ist. Und er sagt eben auch, diese ganzen Zahlen, die sprechen eindeutig dagegen, dass wir das hier so mit ein paar losen, verwirrten Einzeltätern zu tun haben. Die Zahlen zeigen für mich auch auf, dass es in Deutschland eine lange, kontinuierliche Geschichte gibt von rechtsterroristischer Gewalt, die eben nicht nur anhand einzelner isolierter Anschläge oder mal einzelner Gruppen sichtbar wird, sondern die sich wie ein roter Faden durch Nachkriegsdeutschland zieht bis heute hin. Diese Gruppen auch voneinander lernen, die miteinander vernetzt sind teilweise, die sehr eng eingebunden sind in die breitere rechtsextreme Bewegung, in die Parteienlandschaft, aber auch in die subkulturelle Szene. Da ist ein starker Austausch. Und diese Gewalt, die sich auch in Wellen bewegt und von internationalen Konzepten lernt, sich weiterentwickelt und Gewalttaten strategisch ausrichtet. Das heißt, wir haben es einfach mit einer äußerst gewalttätigen und gefährlichen Form von politischer Gewalt zu tun, die im Vergleich der Wahrnehmung, auch der wissenschaftlichen Bearbeitung, der juristischen Bearbeitung massiv unterschätzt wird. Und im Tagesspiegel, da wird auch der Politikwissenschaftler Gideon Bocz interviewt mit der Frage, wie hoch denn jetzt aktuell das Potenzial für rechten Terror ist. Und da sagt er, das Potenzial ist enorm hoch. Auf der einen Seite haben wir die klassischen Strukturen der Neonazis, die schon bewiesen haben, dass zu Mordanschlägen sie willens und in der Lage sind. Dazu kommen die verschiedenen Formen rechter Mobilisierung aus den vergangenen Jahren, wie wir sie etwa bei Straßenprotesten von Pegida gesehen haben. Es ist wahrscheinlich, sagt er, dass mit dem Abflauen der Aufmerksamkeit für solche Gruppen die terroristischen Akte zunehmen werden. Hinzu kommt, dass die Zahl der Wählerstimmen der AfD zuletzt bei der Europawahl im Mai im Vergleich zur Bundestagswahl zurückgegangen ist. Das, sagt er, frustriert die Szene. Ja, und wenn man sich das so überlegt, allein diese Statistiken, nochmal um sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen zu lassen, über 2000 Brandanschläge, über 200 Morde, über 90 Gruppen und Einzelpersonen. Also wirklich eine Welle rechtsradikaler Gewalt, rechtsterroristischer Gewalt. Und da kann man sich doch eigentlich nur die große Frage stellen, warum regt sich eigentlich niemand darüber so wirklich auf? Warum tun wir so, als wenn das mehr oder weniger so normal wäre, wie es gelegentlich mal ein Gewitter gibt? Und das finde ich insbesondere deswegen so merkwürdig, weil es ja durchaus ein starkes Potenzial gibt in der bundesdeutschen Geschichte, sich über terroristische Gewalttaten völlig zu Recht übrigens aufzuregen. Also damit das jetzt niemand in den falschen Hals bekommt, wir wollen ja überhaupt nichts kleinreden. Wir wollen einfach nur auf den extremen Unterschied in der öffentlichen und auch politischen Reaktion hinweisen auf rechten und linken Terrorismus. Also wenn wir an die 70er Jahre denken, da haben linke Terroristen, zum Beispiel von der Roten Armee Fraktion oder der sogenannten Bewegung 2. Juni, anfangs ein Kaufhaus angesteckt in Frankfurt. Sie haben den Präsidenten des Kammergerichts, Herrn von Drenkmann, erschossen hier in Berlin. Das waren somit die ersten linksterroristischen Straftaten. Heute, was passiert? Die rechtsradikale Terrorgruppe NSU erschießt zwischen 2000 und ich glaube 2007 fast ein Dutzend Menschen, also neun Menschen mit Migrationshintergrund und außerdem eine Polizistin. Rechtsradikale stecken ständig Refugee-Wohnheime an, Rechtsradikale erschießen jetzt einen Regierungspräsidenten. Und wenn ich da kurz einhaken kann, weil das ist ja so diese Kombination aus aufsehenerregenden Morden, an politischen Repräsentanten oder Mordserien, einer Terrorgruppe. Und das schafft es dann vielleicht noch so in den Medien, aber dass es auch darunter eine permanente Gewaltakte gibt gegen Geflüchtete. Da werden Flüchtlingsheime angezündet, da werden Granaten geworfen. Es gibt eine permanente Einschüchterung und Gewalt gegen irgendwie Leute, die halt nicht in das Bild, Weltbild von Rechtsradikalen passen. Und das ist das Erschreckende. Ja genau, das muss man sich überlegen. Also ich habe eben zitiert, wie war es in den 70er Jahren, was ist da passiert? Sagen wir mal so, es war ganz sicher nicht schlimmer als das, was wir heute erleben von rechtsradikaler Seite. Zum einen, was die Zahl der Geschädigten angeht, aber auch was die Zahl der Gruppen angeht, was die Intensität angeht, aber auch zum Beispiel, was die historische Kontinuität angeht. Ja, das heißt, also es ist ganz sicher nicht weniger schlimm, was wir heute von rechtsradikaler Seite erleben. Aber wenn man sich dann die Reaktionen betrachtet, ja, was war in den 70er Jahren los? Die Republik im Ausnahmezustand, das Land voller Polizeisperren. Also meine Eltern haben mir das erzählt, selbst im beschaulichen Osnabrücker Land oder im Münsterland, wo die damals gelebt haben, überall Polizeisperren, irgendwie Dutzende von Beamten mit Maschinenpistolen, Filzen, jedes Auto. Ja, jeder, dessen Haarlänge irgendwie die zwei Zentimeter Grenze überschreitet, kann sich bis auf die Unterhose ausziehen. Mit anderen Worten, die Republik im Ausnahmezustand, ja, krasseste Gesetze werden verabschiedet, Kontaktsperre zwischen Verteidigern und ihren Mandanten, ja, also Ausnahmezustand pur. Und heute, was passiert? Gar nichts. Im Gegenteil. In den Sicherheitsbehörden redet man lieber vom schwarzen Block oder von der Antifa, als seien die unser großes Problem. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich einfach fassungslos davor. Wir haben in den 70er Jahren sicherlich hier und da überreagiert, ja, das Kontaktsperregesetz habe ich schon angesprochen. Aber was heute passiert als Reaktion auf diese rechtsradikale Terrorwelle, halte ich ehrlich gesagt für eine völlig, völlig bizarre Untertreibung der Gefahr. Und ein völliges Versagen auf allen Ebenen, sowohl in der Politik als auch im Journalismus, dass man darüber so wenig spricht. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ja, genau. Also ich fand ja das ganz, sagen wir mal treffend, was Annette Rammelsberger da in der Asset geschrieben hat, dass Deutschland es mit einer neuen RAF zu tun hat, aber diesmal eben von rechts und viel weniger vielleicht straff organisiert. Sondern, und das fand ich einen ganz interessanten Input, dass es eher so ein Strukturen sind, die dem Dschihad ähneln. Ja, also es gibt Verbindungen, es gibt viele, es gibt vielleicht eine verbindende Ideologie, es gibt viele Protagonisten und jeder schlägt irgendwie ohne zentrale Steuerungseinheit zu, wo immer er kann und es wird halt gut geheißen. Ja. Und ich glaube, was halt, also was ich, was ich denke ist, man, man, so dieser Vergleich zu der RAF früher und zu den Reaktionen heute, finde ich, weist eher auf ein kulturelles Problem hin, was wir heute haben. Und da will man nicht die einzelnen Toten und die einzelnen Gesetze gegeneinander aufrechnen. Aber was ja schon spürbar ist, ist und worauf es glaube ich hinweist, ist, dass wir in unseren gesellschaftlichen, aber vor allen Dingen in den staatlichen Strukturen da mit zweierlei Maß messen. Und ich glaube eben, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland ein, ich will mal sagen, ungeklärtes Verhältnis zum Rechtsextremismus haben. So, das ist einfach, da glaube ich, da muss man einfach deutlicher hingucken und da ist noch wahnsinnig viel unter der Decke, nicht aufgearbeitet, da sind merkwürdige Leute, da gibt es eine merkwürdige Kultur. Beispiel Ex-Chef vom Verfassungsschutz Maaßen, schließt in einem Interview mit der AfD nicht aus, relativiert irgendwie extremes und extremistisches und menschenfeindliches Gedankengut der AfD. Und wir haben es halt auch gesagt und bei der Polizei, da gibt es viele, die da offensichtlich sympathisieren. Also man muss es glaube ich, genau, das ist das große Problem, man muss natürlich jetzt sehr aufpassen, also ich finde, man muss immer auch sehr deutlich dabei sagen, dass es natürlich auch viele, viele vernünftige Polizistinnen und Polizisten gibt, die auf dem Boden der Verfassung stehen, die Rechtsradikale total zum Kotzen finden. Ja, das soll jetzt um Gottes Willen. Ja, aber die müssen sich jetzt zu Wort melden. Genau, das ist der Punkt, die müssen sich zu Wort melden und ich glaube, das Stichwort, das ich nochmal machen wollte, ist, das Feindbild muss klar sein. Ja, in den 70er Jahren gab es überhaupt keinen Zweifel, dass für 99,9 Prozent der Bevölkerung die RAF ein großes Feindbild war. Das lag nicht nur an der total bescheuerten Selbstbenennung als RAF, wo natürlich damals in den 70ern, 25 Jahren, Ende des Zweiten Weltkriegs, jeder noch an die Royal Air Force dachte, die Deutschland in Schutt und Asche gelegt hat. Ja, also ziemlich, also unter der Perspektive Markenbildung, ziemlich bescheuerte Idee von der RAF, aber davon mal ganz abgesehen, war einfach für praktisch alle Menschen in Deutschland mit Ausnahme einer kleinen Sympathisantenszene von ein paar tausend Hanseln, war die RAF der Feind. Das waren die Spinner, die Wahnsinnigen, die völlig sinnlose Straftaten begehen und die das Land in Aufruhr halten. Und in Deutschland heute ist dieses Feindbild eben nicht so klar und zwar gerade nicht bei den Menschen, jedenfalls nicht bei allen Menschen, die Verantwortung tragen für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Und das ist ein großes Problem und ich sehe das als eine der ganz zentralen Aufgaben unserer Zeit. Dieses Feindbild, alle die rechtsradikal denken, rechtsextremistisch denken, die sind der Feind, die machen dieses Land kaputt. Und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, das heißt nicht, dass man das Recht brechen darf, um die zu bekämpfen, aber man muss eben die rechtlichen Spielräume auch tatsächlich ausschöpfen und vor allem die Polizei muss der Feind der militanten Rechtsradikalen sein. Das muss für jede Beamtin und jeden Beamten gelten, die müssen morgens aufstehen und sagen, heute kämpfe ich gegen die Nazis. Ja und genau das Philipp, du hast es eben angesprochen, das ist einfach nicht der Fall und jedenfalls nicht konsequent. Da haben wir auch nochmal eine kleine Liste zusammengestellt. Also ja, also ich störe mich so ein bisschen an dieser, an dieser, an dieser, an dieser krassen Feindformulierung. Ich finde. Dann nenn es Gegner. Ja, nenn es Gegner. Ja, genau. Aber einfach, dass man das Gefühl hat, nicht, dass sie jetzt sich um nichts anderes mehr kümmern, aber dass, dass man einfach von außen das Gefühl hat, dass diese rechtsextremen und rechtsradikalen Verbrechen ernsthaft angegangen werden. So und nicht irgendwie kleingeredet und unter der Decke gehalten und vielleicht sogar noch mit ihnen sympathisiert wird. In Hessen allein haben wir 38 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen rechtsextremistischer Umtriebe in Frankfurt. Ja, ist immer noch nicht geklärt, wer dieser Frankfurter Anwältin angedroht hat, ihre kleine Tochter zu ermorden. Ja, die Daten der Familie wurden aus dem Dienstcomputer der Frankfurter Polizei, einer Frankfurter Polizeiwache abgerufen. Das muss man sich mal reintun. Und dieser Drohbrief mit NSU 2.0 unterzeichnet. Wer das war, unklar. Auch in Berlin gibt es Drohbriefe von Polizisten an die linke Szene. Ja, Daten werden aus einem Polizeicomputer geklaut. Ja, und dann werden Drohbriefe geschickt an Leute, die man für Sympathisanten der linken Szene hält, von denen man glaubt, dass sie irgendwas mit der Lirigare Straße zu tun haben. Hier so ein Konfliktherd in Friedrichshain in Berlin. Ja, da wurden natürlich auch die Falschen erwischt. Irgendwie der Ex-Freund einer Frau, die mal in der Rigaer Straße gewohnt hat und so. Aber jedenfalls, das muss man sich reintun. Ja, da werden Daten aus dem Polizeicomputer genutzt, um mit rechtsradikaler Tendenz irgendwelche Menschen unter Druck zu setzen. Stichwort Chemnitz. Ja, haben wir auch darüber berichtet vor einigen Wochen. Nazi-Demos, es werden reihenweise Straftaten begangen, laufen Menschen mit Hitlergruß durch die Straßen. Theoretisch müssten die alle sofort festgenommen werden und wenigstens mal ihre Personalien festgestellt werden, damit man gegen sie ein Strafverfahren einleiten kann. Natürlich kann man deswegen in der Regel keine Urheft verhängen. Ja, aber man muss doch zumindest Identität klären. Passiert aber nicht. Ja, da steht die Polizei entspannt am Straßenrand und guckt den Leuten zu, wie sie den Hitlergruß zeigen. Also da weiß man nicht, was man sagen soll. Weiteres Beispiel wäre, zum Beispiel, was macht der Verfassungsschutz? Ja, also der steht ja extrem merkwürdig da, auch im Rahmen dieser NSU-Morde. Einer davon in einem Kasseler Internetcafé, ein Mann des Verfassungsschutzes, Andreas Temme, sitzt hinten im Raum bis mindestens ganz kurz bevor dieser Mord geschehen ist. Meldet sich aber nicht bei der Polizei, telefoniert kurz vor der Tat mit einem V-Mann aus der rechten Szene, bekommt keine Aussagegenehmigung. Vom VS, muss man sich kurz reintun, seine Behörde lässt ihn vor Gericht nicht aussagen. Was soll man denn davon halten? Und dann hat das Innenministerium, einmal der Innenminister damals, mal angeordnet und gesagt, so nach dem Motto, Leute, schreibt mir doch mal bitte auf, was wir wussten, also was der Verfassungsschutz, der Landesverfassungsschutz wusste, was wir nicht wussten und wie wir mit dem umgegangen sind, was wir wussten. Und diese Akte, das ist jetzt irgendwie rausgekommen, die hat so 250 Seiten, die Linken haben davon irgendwie mehr oder weniger durch so eine Aktennotizwind bekommen. Und diese Akte, wie gesagt, 40 Seiten Zusammenfassung und 210 Seiten ungefähr quasi Angaben, Quellenangaben, die soll für, wir halten uns kurz fest, 120 Jahre unter Verschluss gehalten werden. Ja. Muss ich mal vorstellen, ne? Wo du dich fragst, was geht da vor? Und das hat der Verfassungsschutz selber angeordnet. Die haben sich extra so ein vierstufiges Verschlusssache-Kategorien-Verfahren ausgedacht, wo das ging, 30, 60, 90 und 120 Jahre. Und diese quasi Eigenermittlung in Sachen NSU-Versagen, die soll für 120 Jahre unter Verschluss. Und da kann man nur sagen, gut, das ist ein Verwaltungsakt, ich nehme mal an, das kann man aufheben, oder? Ich meine, das ist jetzt ja nicht in Beton gegossen. Also die Grünen sitzen ja in Hessen mit in der Regierung, da könnte man ja erwarten, dass da mal jetzt was gemacht wird und das Ding mal an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Ja, also zumindest könnte man das in wesentlichen Teilen veröffentlichen. Man muss wahrscheinlich die Identität von irgendwelchen Auskunftspersonen schützen, ja? Das ist auch zum Teil passiert, es gab ja Abgeordnete, die konnten sich das in so einem Sichtungsraum oder so zum Teil irgendwie angucken, Geheimschutzstelle, da waren auch 20 Prozent geschwärzt. Aber das finde ich gar nicht sein. Also 120 Jahre, das ist grotesk. Nee, das kann nicht sein. Und das Problem ist natürlich, ganz egal, was da drin steht, eine so lange Sperrfrist, die nährt einfach Verschwörungstheorien, als wenn der Verfassungsschutz sagt, Gott weiß, was gemacht hat und jetzt verhindern möchte, dass das öffentlich diskutiert wird. Also das Ganze zählen wir jetzt ja nicht einfach so auf, sondern das zählen wir auf, um einfach deutlich zu machen, es gibt da einfach dieses, wie Philipp eben so schön gesagt hat, ungeklärte Verhältnis, jedenfalls von Teilen von Polizei und vor allem auch von den Verfassungsschutzbehörden gegenüber der rechtsextremistischen Szene. Und das muss ein Ende haben und das, wie gesagt, ich habe eben vielleicht etwas überspitzt vom Feindbild Rechtsextremismus gesprochen, aber jedenfalls muss ganz klar sein, dass alle Vertreterinnen und Vertreter unserer demokratischen Ordnung einfach Rechtsextremismus ganz klar als den Gegner, als das Böse identifizieren müssen. Anders geht es nicht mehr. Und ich finde, das ist sozusagen das obere Ende, natürlich müssen solche Straftaten konsequent und besser bekämpft werden, als das heute passiert. Es fängt aber auch an und da finde ich hat Steinmeier, unser Bundespräsident, Frank Walter, Recht, dass er halt auch darauf hinweist, dass die Sprache, die wir verwenden oder die AfD und andere Gruppen verwenden, der Humus ist, auf dem sowas wächst. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Die Sprache legt die Wurzeln und macht, bereitet den Acker dafür, dass sich Menschen, die sich mit diesen Gedanken tragen, zur Tat schreiten. Das ist kein Automatismus, aber diese Feindbilder, diese Stereotypen, dieser Hass, den AfD und andere sehen, der trägt dazu bei und begünstigt das. Ja, ganz genau. Aus Worten werden Vorstellungen und aus Vorstellungen werden irgendwann Taten. Das ist einfach brandgefährlich. Das ist alles ein großes Problem der Mentalität und ich hoffe doch sehr, dass sich da so ein bisschen was tut. Vielleicht zum Schluss nochmal ein Zitat von Annette Ramelsberger aus ihrem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, wo sie nämlich fragt, was muss noch passieren, bis Polizei, Staatsanwälte und Verfassungsschützer erkennen, dass der gefährlichste Feind nicht links steht, sondern rechts. Und manchmal steht er sogar mitten unter ihnen. Und das ist traurig, aber wahr. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass sich sowohl eben die Menschen in den Sicherheitsbehörden quasi auf der Arbeitsebene als auch die politische Führung sich überlegt, was muss da jetzt eigentlich passieren, damit dieses Umdenken möglichst bald einsetzt. Ja, zu unserem nächsten Thema, Philipp. Und zu unserem nächsten Thema, genau. Es war keine gute Woche für Andreas Scheuer, auch für Herrn Dobrindt nicht und auch für Herrn Seehofer nicht. Denn in dieser Woche hat der Europäische Gerichtshof bekannt gegeben, dass die geplante, kann man sagen, oder die deutsche Maut für Pkw nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Dazu muss man wissen, die CSU hatte immer diese Pkw-Maut gefordert. Seehofer, der hatte dann, glaube ich, 2013 schlechte Umfragewerte und hat dann irgendwie die, der hat das, glaube ich, sogar mal Ausländermaut genannt. Das war der Plan, ne? Das war der Plan, ne? Und also sprich, Maut, also das ist ja man nicht, ne? Also eine Abgabe für Pkw, also Autos, die Bundesfernstraßen und Autobahnen in Deutschland nutzen. Für Lkw gibt es das ja schon, ne? Kilometerabhängig auf Autobahnen. Aber es sollte jetzt eben auch für Autos kommen und das Geld sollte primär, wenn es denn Einnahmen gibt, höchst umstritten, in den Straßenbau fließen. Die Kernmotivation war aber, dass die CSU ihre bayerischen Wähler beruhigen wollte, die nämlich zum Skifahren in Österreich immer schön brav Maut zahlen, so wie die Österreicher auch in Österreich. Aber wenn die Österreicher eben hierher kommen nach Deutschland, dann mussten sie keine Maut zahlen und haben in Bayern dann angeblich zu den Staus beigetragen, wobei man sagen muss, auf deutschen Straßen fahren nur 5% ausländische Autos. Aber wen interessiert das schon im Wahlkampf? Und Angela Merkel hat dann aber ganz klar auf den ersten Blick in einer Fernsehdiskussion 2013 klargestellt. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. So und daraus folgte dann also ein Kompromiss, nämlich es soll eine Pkw-Maut geben, die ist dann Infrastrukturabgabe, aber Deutsche sollen sie de facto nicht zahlen, sondern nur Ausländer. Deutsche sollen also sich erstmal eine Plakette für 130 Euro kaufen für ein Jahr, bekommen das dann aber mindestens 130 Euro über die Kfz-Steuer wieder. Und dieses Gesetz gibt es im Prinzip seit 2015, rute aber unter anderem, weil Österreich eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland beim EuGH eingereicht hatte und hat nun Recht bekommen. Ja, so ist es. Der EuGH hat jetzt entschieden, dass diese Infrastrukturabgabe eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ist. Und diese mittelbare Diskriminierung, das ist ehrlich gesagt in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein Klassiker und die wird immer dann angenommen, wenn eine Maßnahme zwar nicht explizit an die Staatsangehörigkeit anknüpft. Ja, es steht ja in dieser Regelung zur Infrastrukturabgabe nicht drin, Deutsche zahlen nicht nur Ausländer, ja, das wäre eine direkte Diskriminierung, aber es ist eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, denn in der Praxis betrifft sie eben Deutsche nicht, sondern nur Ausländer oder ausländische Fahrzeuge genau genommen, einfach deswegen, weil Deutsche ja, Philipp hat es gerade erklärt, über die Kfz-Steuer eine Entschädigung bekommen, sodass sie de facto, unterm Strich, per Saldo, diese Abgabe nicht zahlen müssen. Und da sagt der EuGH, wegen dieser mittelbaren Diskriminierung verstößt es gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs, denn die wirtschaftliche Last der Abgabe liegt im Ergebnis allein auf Haltern von Fahrzeugen aus dem Ausland. Ich muss gestehen, rechtlich ist das durchaus eine kleine Überraschung, denn da, also das stimmt natürlich, wenn man jetzt quasi nur unmittelbar diesen Kontext Kfz-Steuer und Maut betrachtet. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz ehrlich sagen, ist der deutsche Gesetzgeber ja im Prinzip völlig frei da drin, wie er die Kfz-Steuer ausgestaltet und wenn er sagt, wir führen eine Maut ein und dafür schaffen wir aber die Kfz-Steuer ab, dann ist ihm das eigentlich unbenommen. Also ich finde diese Entscheidung des EuGH nur so halb überzeugend, muss ich ganz ehrlich sagen, so bescheuert ich diese Idee mit der Maut im Prinzip finde, diese rechtliche Begründung hat mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Vermutlich ist das im Wesentlichen auch ein PR-Desaster, hätte die Bundesregierung diese beiden Maßnahmen nicht verknüpft, hätte sie einfach eine Kfz-Steuerreform verkündet und dann halbes Jahr später eine Maut eingeführt, wäre es dem EuGH wesentlich schwerer gefallen, das als Mittel bei Diskriminierung herauszustellen. Aber gut, was sagt der VCD, der Verkehrsclub Deutschland dazu, Philipp? Also Verkehrsclub Deutschland ist so ein ökologisch inspirierte NGO, die spricht von einer Blamage für den Verkehrsminister und das haben wir jetzt nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, dass jetzt wir auch noch als Steuerzahler nämlich für diese Blamage aufkommen müssen, weil so der VCD, es fallen die bis heute angelaufenen Planungskosten und wahrscheinlich auch Entschädigungen von bisher involvierten Firmen an. Da würde mich mal eine Zahl interessieren, wenn die jemand hat, aber das ist natürlich schon ziemlich doof. Die Bundesregierung hat jetzt nicht so furchtbar viele Optionen, also die kann natürlich jetzt eine neue Maut vorlegen, denn so wie sie jetzt gestrickt ist, geht sie nicht. Seehofer hat schon gesagt, er hätte eine Taskforce eingerichtet, also Arbeitsgruppe, man ist also ratlos. Scheuer hatte glaube ich nicht so wirklich einen Plan B, weil seine Juristen ihm gesagt haben, das läuft schon. Man kann natürlich, was glaube ich relativ einfach wäre, eine Maut ohne Erstattung der Kfz-Steuer basteln. Ja, das wäre problematisch. Nur das wäre natürlich, da hätte die CSU natürlich ihr Versprechen gebrochen, dass Deutsche von dieser Pkw-Maut nicht belastet werden, aber also ich fände eigentlich, ich fände das eigentlich eine gute Sache. Wenn es denn schon eine Maut gibt, finde ich, dann muss sie aber auch eine ökologische Lenkungswirkung haben. Dann kannst du nicht einfach nur sagen, wir sammeln mal Geld ein, um Straßen zu bauen, sondern dann finde ich, muss das so sein, wie im Prinzip bei den Lkw auch, für jeden Kilometer, der gefahren wird, muss gezahlt werden. Das heißt, wer mehr fährt und verschmutzt und nutzt, zahlt mehr, wer weniger fährt, zahlt weniger und das muss auch noch, finde ich, nach einem CO2-Ausstoß gesteuert sein. Also ob du jetzt mit einem kleinen, sparsamen, weiß ich nicht, Hybrid- oder Auto unterwegs bist oder eben mit so einem 3-Liter-Dieseltraktor, das muss einen Unterschied machen und das hätte dann eben auch eine ökologische Lenkungswirkung, die ich gut finde. Ja, mal ganz ehrlich, wenn man das natürlich so macht, was ich ja vom Ergebnis gedacht her völlig plausibel finde, da muss man natürlich auch ehrlich sagen, dann könnte man sich ja diesen riesen Zirkus mit der Mauterhebung einfach schenken, was ja auch aus Datenschutzgründen häufig nicht ganz unproblematisch ist, sondern dann könnte man ja einfach den Sprit teurer machen, denn der Verbrauch an Kraftstoffen steht ja in unmittelbarem Zusammenhang mit dem CO2-Ausstoß. Ich denke, fahren den Kilometer quasi so. Ja, genau, und weil natürlich der Kraftstoffverbrauch sowohl, was eben mit der Umweltschädlichkeit des Fahrzeugs zu tun hat, Spritschlucker verbrauchen eben mehr Kraftstoff und wenn man den Kraftstoff teurer macht, hätte man im Ergebnis dieselbe Wirkung wie eine Maut, die eben diese von dir hier gerade geschilderten Parameter oder Voraussetzungen erfüllt, ne, ökologische Lenkungswirkung und sozial gerecht, weil wenig Fahrer wenig zahlen und so. Also da denke ich, dann könnte man doch eigentlich die gute alte Idee von der Ökosteuer auf die Kraftstoffe wiederbeleben. Ja, oder CO2-Steuer, ne, da sind wir ja auch so weit. Genau, oder CO2-Steuer, nur die würde, ja, ob man das jetzt CO2-Steuer auf Kraftstoffe nennt oder eine allgemeine CO2-Steuer, wie auch immer. Gut, das wäre natürlich ein anderer Hub, ne, ob du jetzt sagst, wir machen nur benzinteurer durch, na, wie auch immer geartete Steuer oder wir verknüpfen das als CO2-Steuer, dann ist natürlich eine viel größere Aktion. Klar, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, aber jetzt ging es ja so ein bisschen darum, was macht man jetzt aus der Perspektive von Andreas Scheuer zum Beispiel nach diesem Mautdesaster und mein persönlicher Vorschlag wäre, man verzichtet einfach auf diesen Mautzirkus und macht stattdessen einfach die Kraftstoffe teurer, dann hat man nämlich genau diese Lenkungswirkung, von der du gesprochen hast, Philipp, und spart sich zugleich noch den Riesenverwaltungsaufwand für die Erhebung der Maut und auch die Kosten für die Firmen, die zurzeit mit der Durchführung dieser Maut betraut sind. Klar, muss man dann kündigen, muss man dann möglicherweise entschädigen, aber das sind ja Anmalzahlungen und dann ist das Thema vom Tisch und man hat dann im Ergebnis eine wesentlich sinnvollere Maßnahme als diese Seehofer-Steuer. Wir hatten ja vor einigen Folgen euch schon mal die anstehenden und diskutierten Konzepte für die notwendige Reform der Grundsteuer erläutert. Ja, und da hat sich jetzt der Koalitionsausschuss geeinigt, also der Koalitionsausschuss, das muss man wissen, das ist so ein regelmäßiges Zusammentreffen der Minister mit der Bundeskanzlerin, um informell, das hat nicht wirklich Verfassungsrang oder so, aber ich glaube, die treffen sich einfach informell, um mal so ein paar Probleme zu besprechen. Was wollen wir denn hier machen, was wollen wir denn da machen und dann sind immer alle ganz gespannt und stehen nachts vorm Kanzleramt und hoffen, dass sich da bestimmte strittige Punkte irgendwie geklärt haben. Und so kam das jetzt also diese Woche im Koalitionsausschuss, wo einige andere Sachen auch geklärt wurden, aber eben auch die Meldung, die Koalition hat sich in Sachen Grundsteuer geeinigt. Genau, nur mal kurz zum Hintergrund, das hatten wir vor einigen Wochen schon mal ausführlicher, aber nur so quasi die Executive Summary, das Bundesverfassungsgericht hatte ja eine Neuregelung verlangt, dieser Grundsteuer, die bisherigen Regelungen sind verfassungswidrig, weil die Bewertung der Grundstücke nicht mehr mit dem Gleichheitssatz vereinbar ist und deswegen muss bis Ende des Jahres eine Neuregelung getroffen werden und kommt kein Gesetz zustande, kann gar keine Grundsteuer mehr erhoben werden, das wäre vor allem für die Kommunen eine Katastrophe, die damit sehr, sehr viel Geld einnehmen. 13 Milliarden ungefähr im Jahr. Ja genau und deswegen ist das Thema eilig und deswegen war es jetzt auch dringend, dass die Große Koalition sich da auf irgendwas einigt und man muss allerdings sagen, ja es wurde mit großem Tamtam eine Einigung verkündet, aber was da jetzt ganz genau besprochen wurde, ist nicht so richtig klar, Philipp, ne? Nee, also wir haben diese verschiedenen Modelle euch da geblättert und für welches sich die Koalition entschieden hat, das ist nicht klar, jedenfalls haben wir es nicht rausgefunden. Bekannt ist nur, dass es eine Öffnungsklausel für die Länder geben soll und das bedeutet, auf welches Modell auch immer sie sich geeinigt haben, das dann bundesweit gelten soll, Länder sollen eine wie auch immer geartete Möglichkeit bekommen, entweder dieses Modell zu modifizieren oder ein ganz anderes Modell bei sich zu verabschieden und einzuführen, das ist noch ein bisschen offen, aber sicher scheint mir zu sein, dass Bayern sich da durchgesetzt hat und die Umweltschützer jubeln und da ist natürlich die Frage, wie passt das zusammen? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ein bisschen ein bisschen ausholen. Also gehen wir mal davon aus, dass jedes Land tatsächlich eigene Regelungen treffen kann. Dann sagt der Bundesgeschäftsführer vom Naturschutzbund NABU, also Öko, sagt, wir begrüßen, dass den Ländern durch eine Öffnungsklausel eigene Grundsteuermodelle ermöglicht werden sollen. Der Hintergrund davon ist, dass die Umweltverbände hoffen, dass einzelne Länder, zumindest einzelne Länder dann ihre Bodenwertsteuer einführen. Das war auch eins dieser Modelle, was wir damals besprochen haben und das ist kurz zusammengefasst, relativ einfach. Es bedeutet, es gibt keine Steuer auf Gebäude, völlig egal, was auf dem Grundstück steht und das Kalkül, sondern es geht nur danach, was ist der Bodenwert und wie groß ist das Grundstück. Und dann ist das Kalkül einfach, je mehr Bauland effizient genutzt wird, desto weniger Bauland muss im Stadtrand genutzt werden. Also es geht im Grunde darum, dass die Umweltschutzverbände möglichst verhindern wollen, dass immer mehr Flächen versiegelt und zugebaut werden, darum geht es. Genau, es geht also, dass nicht ständig Bauland ausgewiesen wird auf irgendwelchen Flächen vor den Örten, sondern dass… Über Verdichtung, ne? Über Verdichtung, sondern wir haben Grundstücke im Ort, der hat einen bestimmten Wert, der ist vielleicht gestiegen, weil die Gemeinde eine schöne Schule gebaut hat oder so und auf dieses Grundstück, auf diesen Wert des Grundstückes zahlt ihr eine Steuer. Ah, das heißt, wenn du den Brach liegen lässt, dann verschwendest du im Grunde sehr viel Geld, weil ein Grundstück in der Filetlage irgendwo in der Innenstadt ganz viel wert ist, auch wenn du es bislang noch nicht bebaut hast. Du musst also im Grunde so ein bisschen für den fiktiven Ertrag zahlen, weil der fiktive Ertrag dieses Grundstück sich ja in dem Wert des Grundstücks widerspiegelt. Genau, also die Bebaubarkeit, die ist da ja mit eingepreist in diesem Wert und deswegen sagen sie, du zahlst 2000 Euro Grundsteuer, kein fiktiver Wert, ob da was draufsteht oder nicht, also macht es für dich viel mehr Sinn, ein Haus draufzubauen, denn auf dieses Haus zahlst du nicht mehr Steuer, die Steuer bleibt die gleiche, du machst deine fünf Stockwerke da drauf, deine 30 Wohnungen, nimmst damit noch Geld ein, die Grundsteuer bleibt die gleiche. Es ist einfach unattraktiver, damit Baugrundstücke liegen zu lassen, so das ist ganz simpel. Das macht ehrlich gesagt Sinn und zwar nicht nur aus Sicht des Umweltschutzes, was wir ja bislang im Grunde dargestellt haben, weniger Flächenversiegelung am Stadtrand, weniger Neubaugebiete auf der grünen Wiese, sondern das macht ja auch aus sozialen Gründen total Sinn, die Städte eher nachzuverdichten, einfach weil dann nicht so viele Wegezeiten anfallen, da müssen die Menschen eben nicht irgendwo in der Pampa wohnen und lange in die Städte reinpendeln, zum Beispiel um zur Arbeit zu fahren. So sieht es aus und jetzt ist die Frage, warum jubeln die Bayern, naja die Bayern wollen eben ihr eigenes Modell umsetzen, das hat aber eigentlich nichts zu tun mit dieser Bodenwertsteuer, die Bayern wollen ein völlig anderes Modell umsetzen und da ist es so, dass der Wert von Gebäude und Grundstück völlig egal ist, sondern die nehmen nur die Grundstücksfläche und zahlen pro Quadratmeter. Du hast eine Grundstücksfläche, 1000 Quadratmeter, da zahlst du, weiß ich nicht, zwei Cent pro Quadratmeter und zwar völlig egal, ob das Ding im Münchner Zentrum liegt oder im Bayerischen Wald und du hast auch auf Gebäudeflächen, Wert des Gebäudes völlig egal, du zahlst nach dem Modell zwei, drei, vier Cent pro Quadratmeter auf Gebäudefläche, egal ob das am Marienplatz liegt oder im Bayerischen Wald und das Ding ist mega unsozial. Was die Bayern davor haben. Ja, was die Bayern davor haben, weil du zahlst natürlich im Münchner Zentrum genauso viel, wie ich gesagt habe, wie im Bayerischen Wald und arme Leute zahlen damit einen viel größeren Anteil ihres Einkommens als reicher und das nennt man irgendwie regressiv, das Ding ist extrem regressiv. Aber warum will denn das jetzt eigentlich die CSU, also so hart unsoziale Maßnahmen trifft die CSU ja eigentlich auch nicht, warum machen die denn das jetzt? Ja, also Also jedenfalls machen sie es nicht bewusst normalerweise, warum machen die das jetzt? Genau, Executive Summary ist, Bayern will weniger Geld nach Bremen überweisen, das ist so ein bisschen. Also es geht immer wieder um den berühmt-berüchtigten Länderfinanzausgleich, da möchte Bayern so ein bisschen tricksen, denn sie befürchten, dass sie im Länderfinanzausgleich quasi draufzahlen müssten, wenn eine bundeseinheitliche Grundsteuer wieder eingeführt würde. Genau, naja, also es ist so, in diesem Länderfinanzausgleich, da heißt das einfach reiche Länder, wie zum Beispiel Bayern, Geld überweisen an arme Länder, um einfach so gleiche Lebensverhältnisse möglichst in ganz Deutschland herzustellen, so wie es in der Verfassung steht. Und die Summe wird also, der Summe der Grundsteuer wird also für diesen Länderfinanzausgleich mit einem durchschnittlichen Hebesatz ermittelt. Also du hast deine Grundsteuer, die man zahlt und dann kann jede Gemeinde oder jedes Land einen Hebesatz dazu machen, mit dem wird es multipliziert und dann hat man seine Grundsteuereinnahmen. Und in Bayern ist es aber so, dass wenn das passieren würde, müssten die Leute extreme Grundsteuern zahlen, weil einfach der Wert der Grundstücke und der Immobilien seit 1964, seit das letzte Mal erhoben wurde, so extrem gestiegen ist, dass wenn man jetzt den Wert, nochmal so aus so einem Standardmodell, auch der Bodenwertsteuer ermessen würde, dann müssten die wahnsinnig viel Grundsteuer zahlen. Einfach weil der Wert ihrer Böden in Bayern einfach in der Regel so viel gestiegen ist. Und um das zu verhindern, müsste Bayern den Hebesatz extrem senken. Ach so und da wiederum schlägt dann der Länderfinanzausgleich zu, weil da ja nicht auf die tatsächlich erzielten Grundsteuern alleine geschaut wird, sondern da schaut man eben auf den mittleren Hebesatz, damit man sich nicht quasi mit niedrigen Hebesätzen armrechnen kann, guckt man für den Länderfinanzausgleich auf den mittleren Hebesatz und wenn der dann zugrunde gelegt wird, dann kämen fiktiv enorme Einnahmen aus der Grundsteuer zustande, jedenfalls für die Bereichen des Länderfinanzausgleichs und unter dem Strich müsste Bayern dann richtig tief in die Tasche greifen. Genau, dann hätten sie sozusagen viel viel mehr Einnahmen auf dem Papier, weil eben dieser durchschnittliche Hebesatz angesetzt wird und nicht der extrem niedrige, den sie tatsächlich erheben, um eben wie ihre Leute nicht mehr zahlen zu lassen Grundsteuer als vorher. Und so kommt es und so hätten sie dann halt sehr sehr hohe Einnahmen. Fiktive Einnahmen. Fiktive Einnahmen und müssten halt dann an Bayern überweisen, aber das DEW hat das mal geguckt, der Effekt wäre wahrscheinlich sehr sehr gering, weil für die Bewertung der Finanzkraft eines Landes ist die Grundsteuer nur unter drei Prozent dabei. Also wenn die dann ein bisschen höher ausfällt, ist das Land nicht auf einmal mega reich und muss wahnsinnig viel an andere überweisen. Also sagt das DEW, der Effekt wäre wahrscheinlich sehr gering, aber trotzdem ist das wieder so eine Nummer, wo Bayern sich eine Extrawurst brät, um ein paar Euro zu sparen. Ja, ist schon ein bisschen. Aber du hast das ja noch mal so ein bisschen vertieft mit Marcel Fratscher, hast du ihn ja noch mal ausführlicher interviewt. Genau, mit Marcel Fratscher, der war ja im Interview und ich dachte, das war klein, ganz interessant und deswegen bin ich da mal hingefahren und habe fast zwei Stunden mit ihm geredet. Nicht so sehr über die Grundsteuer, aber über so ein Thema, was wir ja in der Lage auch haben, ganz oft Ungleichheit. Also die haben ja so ein interessantes Datenbank, eine interessante Datenbank, das sozioökonomische Panel, wo sie 30.000 Leute regelmäßig repräsentativ befragen, auch über was macht sie glücklich, wie ist die Einkommensverteilung und so. Und da habe ich sehr, sehr lange mit ihm darüber geredet. Grundsteuer war natürlich ein Thema, Mieten war natürlich ein Thema, aber auch CO2-Steuer war ein Thema. Also wie man das hinkriegen kann, dass in Deutschland mehr Chancengleichheit, aber auch eben mehr Einkommens- und Vermögensgleichheit herrscht. Und da haben wir das mal in guter alter Podcast-Tradition sehr intensiv auseinandergenommen. Könnt ihr finden, verlinken wir, aber könnt ihr auch finden, indem ihr einfach auf eurer Podcast-App Medienradio eintippt und das Ding abonniert. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Damit erfüllen wir ein Versprechen aus der letzten Folge. Wir haben ja letztes Mal über das dicke Asylpaket gesprochen, das die Große Koalition ausgehandelt hat und letztes Mal eben vor allem um den Teil Arbeitsmigration. Aber der Preis für diese, wie soll ich sagen, ja ohnehin eher bescheidenen Fortschritte im Bereich Zuwanderung war das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Und manche Kritiker sprechen auch von Hau-Ab-Gesetz. Und da haben wir euch versprochen, dass wir das noch nachliefern, was denn da eigentlich beschlossen worden ist, warum das so kritisiert wird. Aber bevor wir da in die Details einsteigen, Philipp, wie ist denn der Stand der Dinge eigentlich bei diesem Gesetz? Na, also der Bundestag hat das beschlossen. Das haben wir letzte Woche berichtet. Das haben wir besetzt gerichtet. Aber der Bundestag muss, der Bundesrat muss nicht zustimmen, aber er hat, wie ist das genau eigentlich? Es ist ein Einspruchsgesetz. Das heißt, also ein Einspruchsgesetz, das heißt, er kann Widerspruch einlegen und der Justizausschuss des Bundesrats hat das wohl empfohlen. Also hat gesagt, ja, Gesetz eher nicht. Wir empfehlen den Vermittlungsausschuss anzurufen, also ein Gremium, in dem Vertreter, Vertreterinnen des Bundestags sitzen und des Bundesrats, um dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Also das Ding ist, die Kuh ist noch nicht vom Eis, das Ding ist noch nicht beschlossen. Aber wie das manchmal so ist, muss man ja zum richtigen Zeitpunkt die Infos haben. Genau. Und um das besser zu verstehen, warum da der Rechtsausschuss des Bundesrats jetzt mal auf die Bremse getreten hat, obwohl der von der CDU dominiert wird, haben wir mal so ein bisschen genauer aufgeschrieben, warum dieses Gesetz eigentlich so umstritten ist. Also der Bundesminister für Inneres und Heimat, Horst Seehofer, meint, das Phänomen des Abtauchens von Menschen, die ausreisepflichtig sind, sei das größte Problem im Bereich Migration. Und weil das so ist, soll in Zukunft unterschieden werden. Soll heißt in diesem Fall immer, Bundestag hat es beschlossen. Was der Bundesrat macht, müssen wir abwarten. Ja, daher soll in Zukunft unterschieden werden zwischen Menschen, die angeblich selbst verschuldet haben, dass sie nicht abgeschoben werden können und denen, die auch nach Meinung von Horst Seehofer und der Union und der SPD nichts dafür können, dass die Abschiebung zurzeit noch nicht klappt. Und dazu werden jetzt auf allen Ebenen die Daumenschrauben angelegt. Zum einen gibt es Mitwirkungspflichten bei der Beschaffung eines Passes. Die sind als solche nicht neu, aber sie werden jetzt nochmal mit deutlich härteren Sanktionen ausgestattet, wenn sie nicht erfüllt werden. Also man muss bei der Beschaffung eines Passes mitwirken und man muss gegenüber der Botschaft seines Heimatlandes erklären, dass man freiwillig ausreisen möchte. Also auf deutsch, das deutsche Recht verlangt von Migrantinnen und Migranten, dass sie die Botschaft ihres Heimatlandes anlügen. Und wer da nicht mitspielt, der bekommt eben massive Sanktionen zu spüren. Wie zum Beispiel? Da wird in Zukunft eine Duldung Leid eingeführt. Was heißt das? Also bislang, Duldung bedeutet ja, ein Mensch ist eigentlich ausreisepflichtig, wird aber zurzeit nicht abgeschoben, zum Beispiel eben, weil ein Abschiebehindernis vorliegt. Das kann sein, dass es in seiner Heimat zu gefährlich ist für ihn, sodass man ihn nicht quasi ans Messer liefern kann. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel einfach ein Pass fehlt oder seine Identität geklärt ist und ungeklärt ist. Und wie gesagt, Horst Seehofer möchte jetzt differenzieren zwischen Menschen, die da nichts für können, Stichwort Situation im Heimatland schwierig und Menschen, von denen er denkt, die seien selbst schuld, dass sie nicht abgeschoben werden können, weil sie angeblich nicht genügend mitwirken, zum Beispiel bei der Beschaffung eines Passes. Und diese letzte Gruppe bekommt in Zukunft eben keine richtige Duldung mehr, sondern nur eine Duldung Leid. Das ist also formal im Rechtsdeutsch eine Duldung für Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus und damit verbunden ist zum Beispiel ein Erwerbtätigkeitsverbot. Diese Menschen dürfen also nicht mehr arbeiten, Klammer auf, da müssen wir sie durchfüttern, super Idee. Sie bekommen eine Wohnsitzauflage, mit anderen Worten, sie dürfen sich dann nicht mehr aussuchen, wo sie wohnen. Und all das dient der Verhinderung der Aufenthaltsverfestigung. Also man will also alles tun, damit sie sich um Gottes Willen nicht integrieren. Auch eine richtig gute Idee, wenn man quasi bewusst von staatlicher Seite eine Vielzahl von Menschen schafft, die möglichst schlecht integriert sind. Aber sind die denn immer selber schuld? Naja, das ist die These von Horst Seehofer und den Hardlinern in der Union. Und man muss leider sagen, diese These hat auch die SPD letztlich gekauft. Die haben also bei diesem Kompromiss ja offensichtlich zugestimmt. Kritiker sagen natürlich oft, sind diese Menschen in Wirklichkeit gar nicht selber schuld, dass ihnen kein Pass ausgestellt wird. Sondern häufig ist es auch die Bürokratie in Deutschland oder auch die Bürokratie in der Heimat, die dazu führt, dass sie keinen Pass bekommen. Aber man muss sich ja mal vorstellen, dass die wenigsten Heimatländer ein Interesse daran haben, dass Menschen aus Deutschland zurück abgeschoben werden. Ja, also warum sollte Tunesien, Marokko oder auch Afghanistan daran mitwirken, dass Landsleute, die man quasi jetzt gerade schön losgeworden ist, weil die eben in Deutschland sind, dass sie wieder nach Hause kommen. Wo man ohnehin riesen Arbeitslosenquoten hat und nicht weiß, wie man seine Leute, die noch da sind, überhaupt durchfüttern soll oder beschäftigen soll. Also das muss man schon sehen, die Anreize für die Heimatländer sind extrem gering, mal ganz vorsichtig formuliert, die Menschen wieder zurückzunehmen. Und insofern ist eben eine häufig gehörte Kritik, dass diese Unterstellung, dass letztlich eine Unterstellung ist von Horst Seehofer, dass die Menschen selber schuld sind. Aber wie gesagt, damit ist das Paket aber noch nicht zu Ende. Was ist denn diese, das habe ich noch gelesen, was ist denn diese Mitwirkungshaft, die da geplant ist? Genau, also wie gesagt, Mitwirkungspflicht insbesondere bei der Beschaffung eines Passes und wenn Behörden in Deutschland in Zukunft der Meinung sind, jemand tut nicht alles, was er kann, dann soll er in Zukunft eingesperrt werden können, um ihn dann der Botschaft seines Heimatlandes zuzuführen. Also ich weiß nicht so ganz, wie das wiederum mit der Pflicht zusammenpassen soll, dass man ja der Behörde seines Heimatlandes erklären soll, dass man freiwillig ausreist. Also das muss man sich wohl so vorstellen, die Menschen werden verhaftet und dann irgendwie mit einem Gefangenentransporter direkt vor der Botschaft abgesetzt und den Handschellen in die Botschaft geführt. Und dann wird gesagt, so jetzt erzähl mal der Botschaft, dass du gerade freiwillig ausreißen möchtest. Also ich kann mir das nicht vorstellen, ich finde das alles total bizarr, aber so läuft das. Das ist eben einfach ein Gesetz, das einen bunten Strauß von Schikanen vorsieht, um Menschen irgendwie außer Landes zu prügeln. Das soll ja auch eine Abschiebehaft geben wegen Fluchtgefahr und da reicht dann wahrscheinlich auch schon so ein verpasster Termin bei der Auslandsbehörde oder es fehlt eine feste Adresse. Und diese Abschiebekandidaten, die sollen in ein reguläres Gefängnis auch kommen können? Genau, also bislang gab es separate Abschiebegewahrsame, wie die dann so schön heißen, also quasi besondere Gefängnisse. Die sind irgendwie voll, man hört auch, dass Haftplätze in diesen Abschiebegewahrsamen abgebaut worden sind. Und nun entsteht aber eine Notlage, gesagt Horst Seehofer und wegen dieser Notlage, nämlich quasi Raumnot in den Abschiebegewahrsamen, sollen die Abschiebekandidaten ins reguläre Gefängnis eben mit irgendwelchen Straftätern zusammengesperrt werden. Das dürfte wohl gegen Europarecht verstoßen, da ist nämlich eine separate Unterbringung vorgeschrieben. Vor allem aber muss man sagen, dieser Notstand, auf den sich das Innenministerium beruht, der besteht ja im Grunde gar nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass diese Menschen einfach so in Haft sind, sondern sie sind ja nur deswegen in Haft, weil man sie in Abschiebehaft nimmt. Man könnte ja einfach weniger Abschiebehaftbefehle erlassen, dann gäbe es auch keine Raumnot in den Abschiebegewahrsamen. Und außerdem hat man ja mutwillig Plätze im Abschiebegewahrsamen abgebaut. Da rächt sich halt einfach die schlechte Planung der Behörden. Und also das als Notstand zu bewerten, finde ich überhaupt nicht überzeugend. Es handelt sich, wenn überhaupt, um eine hausgemachte Krise. Und wenn keine Plätze da sind, die den europarechtlichen Anforderungen entsprechen, dann kann man die Menschen eben auch nicht einsperren. Außerdem, aus bürgerrechtlicher Sicht muss man ja dazu sagen, sollte eine Haft, muss man sich auch vorstellen, einsperren. In einer kleinen Zelle sollte ja ohnehin Ultima Ratio sein, die das allerletzte Mittel, das der Staat wählt, wenn es wirklich nicht anders geht. Und das sehe ich halt überhaupt nicht, Philipp. Da kann man sich andere Mittel vorstellen, oder? Also, aber ich meine auch der Aufenthalt in einem Gefängnis, sagen wir mal, dient ja jetzt auch nicht, also hat ja auch nicht immer die besten Auswirkungen. Das kann man so sagen, ja. Ja, das muss man leider so, also ich sag mal, man könnte ja auch Prämien zahlen. Das passiert ja auch schon. PR-mäßig, genau, das passiert ja auch schon. Könnte man vielleicht mehr machen, aber das ist einfach wahrscheinlich auch billiger, als die Leute einzusperren. Das ist natürlich den Leuten schwer in der Öffentlichkeit zu vermitteln, aber so ein Gefängnisplatz, der kostet ja auch Geld, die ganze Bürokratie kostet Geld. Und da wäre es wahrscheinlich billiger und effektiver, den Leuten einfach dieses Geld in ihr anzudrücken und zu sagen, hier. Also, das kann man mal durchrechnen, also ich weiß es jetzt nicht für Abschiebegewahrsame, aber in der Strafhaft kostet ein Haftplatz in Berlin inzwischen über 100 Euro am Tag. In anderen Worten, jemanden einzusperren, kostet mindestens 3000 Euro pro Nase und Monat. Und wenn ich mir das überlege, ich weiß nicht, wie lange typischerweise Menschen in Abschiebehaft sitzen, bevor die Abschiebung tatsächlich vollzogen werden kann. Aber ein, zwei Monate scheint mir nicht besonders lang. Wenn man sich das mal überlegt, dann kostet das im Schnitt wahrscheinlich mehrere tausend bis hin zu 10.000 Euro, jemanden in Abschiebehaft zu nehmen. Da muss man doch ganz ehrlich sagen, dann gib ihm doch lieber 5000 Euro. Mit dem Geld kann er dann in Afghanistan sich eine Existenz aufbauen. Aber Philipp, du hast es schon gesagt, da geht es vermutlich letztlich um die PR-Wirkung. Man hat Angst, dass quasi Volkes Stimme sich darüber erzöhnt, dass den Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, jetzt auch noch das Geld hinterhergeworfen wird. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht ist das letztlich ein Einknicken, ein Katzbuckeln vor rechtsradikalen Tendenzen oder jedenfalls ausländerfeindlichen Vorbehalten in Deutschland. Und da würde ich Politik in der Verantwortung sehen, einfach die eigenen Maßnahmen zu erklären. Man kann doch einfach sagen den Leuten, nein, einsperren ist nicht effektiv und außerdem grundrechtlich ein Problem, weil es eben nicht das mildeste Mittel ist. Wir schaffen stattdessen Anreize für die freiwillige Heimreise. Ja, also wie gesagt, das Paket ist noch nicht durch. Ich habe es am Anfang gesagt, der Bundesrat, der muss noch zustimmen. Das passiert dann eventuell Ende Juni. Juni. Ja, sagen wir so. Es gibt ja jetzt diese Empfehlung des Justizausschusses des Bundesrats, der empfohlen hat, das Gesetz nicht zu verabschieden, sondern stattdessen in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Und interessanterweise haben in diesem Ausschuss sogar Unionsminister die Mehrheit. Also zehn von 16 Justizministern stellt zurzeit die Union. Da kann man sich fragen, warum stimmen denn sogar Unionsminister dafür, den Vermittlungsausschuss anzurufen? Na, siehe oben, ja, dieses Gesetz ist super heikel, aus ganz verschiedenen Gründen rechtsstaatlich Riesenproblem. Was wir übrigens noch vergessen haben, ist, bei der Abschiebung sollen auch Wohnungen und Räume betreten werden können, ohne richterliche Anordnung. Eigentlich haben wir im Grundgesetz die Unverletzlichkeit der Wohnung garantiert. Davon wird jetzt mal eine Ausnahme gemacht im Gesetz. Sehr extrem fraglich, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist. Und weil das alles so heikel ist, sind offensichtlich sogar Justizminister der Union sehr skeptisch, ob man das so machen kann. Jetzt müsste aber noch die Mehrheit im Plenum des Bundesrats bei dieser Sitzung am 28. Juni dem zustimmen. Die müssen auch noch dem Vermittlungsausschuss zustimmen. Genau, das Plenum muss den anrufen, das kann nicht dieser Justizauschuss. Aber da sind ja andere Mehrheiten, also das sind ja nicht die Mehrheiten wie im Justizausschuss. Ja, genau, also die Süddeutsche Zeitung schreibt, das habe ich ehrlich gesagt nicht so schnell checken können, ob das stimmt, aber die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass im Ausschuss nach Köpfen abgestimmt wird. Also 16 Länder, 16 Stimmen, während im Plenum der Länderkammer, das weiß ich, das stimmt, die Länder unterschiedliche Stimmrechte haben, je nachdem wie viele Menschen in dem Land leben, haben die Länder unterschiedlich viele Stimmen. Das heißt also, das kann sich nochmal was ändern, aber die spannende Frage ist jetzt, was macht das Plenum der Länderkammer und dann geht es aber mit großer Wahrscheinlichkeit in den Vermittlungsausschuss. Wir schulden euch noch die Versteigerung der 5G-Lizenzen, ist schon ein bisschen her, aber wir hatten ja jetzt auch urlaubsbedingt ein bisschen Pause. Also die Auktion dieser Mobilität. Pause nicht, Philipp, wir haben es doch durchgezogen. Wir haben es durchgezogen, genau. Da ist keine Lage ausgefallen. Das ist keine Lage, das stimmt. Das ist keine Lage ausgefallen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ist keine Lage ausgefallen, ja, wir hatten etwas Problem mit der Tonqualität, aber, ja, sorry an dieser Stelle, aber wir dachten, wir dachten lieber eine Lage, Lage, die so ein ganz kleines bisschen dosig klingt als, gar keine Lage, da gab ein bisschen, gab ein ganz bisschen Kritik. Dosig klingt besser als Lage in der Dose, genau. Finde ich schon, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sehen, wie ihr das seht, es ist ja häufig so, dass nur die negativen Stimmen kommentieren. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch immer über positives Feedback, ne, also natürlich gibt es bei uns in den Kommentaren ein kleines Überwiegen der Kritik, das ist wahrscheinlich immer so, wenn man ein öffentliches Forum eröffnet, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr reinschreibt, was euch gefallen hat. Einfach, weil uns das hilft, die Lage so zu machen, dass sie euch gefällt. Also, wenn ihr Lust habt, lagenation.org ist unsere Homepage und dann gibt es immer oben die Überschrift der aktuellen Folge und darunter steht immer so und so viele Kommentare und wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr in unsere Kommentarfunktion. Ja, also, die Aktion ist beendet, die Frequenzen sind versteigert, 5G und haben über 6 Milliarden Euro in die Kassen gespült des Staates und da gibt es natürlich ein paar ganz interessante Sachen, die man dazu sagen kann. Zum einen finde ich interessant, dass nicht nur Telekom, Vodafone und Telefonica, Schrägstrich O2 Frequenzen bekommen haben und somit das Recht, da Daten und Telefonie drüber anbieten zu können. Sondern wer noch? Sondern auch Drillisch, also Tochter von United Internet, genau, deutscher Anbieter und eben ein vierter Netzbetreiber. Die gibt es natürlich bisher schon, die haben auch Produkte, aber die müssen sich dafür im Kern ganz oft eben in die Netze der anderen großen drei einmieten, weil die noch kein wirklich eigenes bundesweites Netz haben. Und das könnten sie jetzt aufbauen, weil sie eben diese Rechte haben. Als Neueinsteiger haben sie auch so ein bisschen geringere Anforderungen und können auch erstmal vorwiegend in den Metropolen anfangen aufzubauen, also da, wo es sich besonders lohnt, da, wo es besonders attraktiv ist. Und so könnten Verbraucher zumindest eine Theorie profitieren, weil es halt mehr Konkurrenz gibt und da vielleicht interessante neue, günstigere Angebote winken. Also die Anforderungen, das hatten wir damals in einer anderen Sendung auch schon gesagt, also mit der Ersteigerung dieser Frequenzen und dem Recht auf diesen Frequenzen eben Daten und Telefonie und sowas anbieten zu können, da gibt es halt ein paar Anforderungen, nämlich müssen die, die das jetzt ersteigert haben bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte in den Bundesländern. In jedem einzelnen Bundesland, das ist der Bundesland. Genau, das ist das Entscheidende, nämlich du kannst es dann nicht irgendwie so mitteln über das Bundesgebiet und dann fällt ein Bundesland fast hinten über, weil das andere überversorgt ist, sondern in jedem Bund. So wie heute in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja das Gemeine, dass wenn du da irgendwie kaum bist du aus Berlin raus bist, bist du ja bei Edge oder ganz offline und sowas soll eben nicht nochmal wieder passieren. Genau und dasselbe gilt für Bahnstrecken mit mehr als 2000 Fahrgästen pro Tag und alle Autobahnen und die wichtigsten Bundesstraßen, das soll also bis 2022 passieren und bis 2024 Ende sollen alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Megabit versorgt werden, alle Landes- und Staatsstraßen, Seehäfen und die übrigen Bahnstrecken mit mindestens 50 Mbit. Okay, also wenn man jetzt sich mal diese Ausbauziele anguckt, das sieht ja so aus, als wenn jetzt wenigstens mal ein bisschen Gas gegeben würde, man muss ja mal sehen, das ist jetzt ja nichts Revolutionäres, sondern da würde in Deutschland ein Stand erreicht, den es in allen anderen europäischen Ländern heute schon gibt. Ja, sobald man die Bundesgrenzen überschreitet, hat man ja ein besseres Internet, traurigerweise. Weißt du, wie diese Mbit-Zahlen eigentlich gemessen werden, Philipp? Ist das vergemein quasi ein einzelnes Handy in der Funkzelle oder jeder, der durchfährt im Schnitt? Das weiß ich nicht. Also was da, was da, das weiß ich nicht. Das ist ja, ich meine, also an diesen 5G-Dingern, da hängt natürlich jetzt wahnsinnig viel Hoffnung dran. Ja, also, dass da die weißen Flecken getilgt werden etc. pp., die es überall gibt und da muss man glaube ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das allenfalls mittelbar passiert, weil die Technik an sich, diese 5G-Technik an sich, die ist ein bisschen schneller und hat eine geringere Latenz und so, aber sie hat eben auch eine viel geringere Reichweite, weil die Frequenzen eben höher sind. Das heißt, für die Schließung von weißen Flecken eignet sich diese Technik eigentlich nicht, weil du, weil das Ding eben nicht so weit strahlt, viele Masten aufstellen müsstest. Das interessant ist 5G für Industriebetriebe, weißt du, auch so für Anwendungen, für so Industrieanwendungen, wo über Daten, wo Daten hin und her geschickt werden müssen in quasi ohne Verzögerung und mit verlässlicher Bandbreite und das ist auch besser zu managen etc. Aber für Verbraucher, glaube ich, wird sich da erstmal so wahnsinnig viel nicht ändern und diese weißen Flecken sind aber mittelbar von dieser Versteigerung schon betroffen, weil es eben diese Anforderungen gibt und diese Anforderungen werden aber nicht mit 5G gedeckt werden, sondern. Oder müssen sie nicht. Müssen sie nicht. Können sie, aber müssen sie nicht. Müssen sie nicht, sondern die werden wahrscheinlich eher mit klassisch Oldschool LTE gedeckt werden. Was ja auch reicht, was völlig okay ist eigentlich. Hauptsache es gibt, also LTE bundesweit wäre ja auch völlig in Ordnung. Wäre auch völlig in Ordnung, also da wird man hoffentlich schon eine Verbesserung spüren. Das klingt doch erstmal so, als wenn die Bundesnetzagentur und die Bundesregierung bei dieser Versteigerung wenigstens was die Ausbauziele angeht ein bisschen dazugelernt hat, denn offensichtlich haben ja die bisherigen Ausbauziele bei den bisherigen Frequenzversteigerungen der letzten Jahrzehnte eben nicht dazu geführt, dass wir vernünftiges Internet in der Fläche bekommen. Insofern finde ich das schon mal schön, dass Ausbauziele definiert sind, auch wenn man sie teilweise mit LTE erreichen kann, aber Hauptsache sie werden überhaupt erreicht. Was ich mich noch gefragt habe, Philipp, 6,5 Milliarden sind da als Einnahmen erzielt worden. Ist das eigentlich eine gute Nachricht? Ja, da streiten sich die Leute drüber. Die Firmen sagen zu teuer. Die Firmen sagen zu teuer. Na gut, aber da ist auch ein Punkt dran. Also ich meine, die haben ja auch einen gewissen Punkt, weil sie zahlen jetzt über 6 Milliarden Euro an den Staat, die ihnen natürlich fehlen, um das Netz auszubauen. Man könnte ja auch sagen, ja, dieses Geld, was ihr da jetzt zahlt, das könnte man natürlich auch investieren in Funkmasten, Glasfaser etc. Finde ich, kann man schon irgendwie nachvollziehen. Scheuer sagt, Bundesregierung sagt, naja, tut es ja letztlich auch. Wir wollen dieses Geld zu 100 Prozent dafür verwenden, um Internet in Deutschland auszubauen. Ich glaube, 70 Prozent sollen in den Breitband, also ich glaube vorwiegend Glasfaser ist das, dass es nicht Mobilfunk gesteckt werden und 30 Prozent sollen in den Digitalpakt Schule, haben wir auch schon drüber erzählt. Die Schulen sollen digitalisiert werden mit dieser Kohle. Und von diesem Breitbandausbau, der wahrscheinlich eher vorwiegend Glasfaserausbau sein wird, profitieren die Mobilfunkanbieter halt nur mittelbar, weil sie zwar keine Glasfaser verlegen, aber um LTE in den weißen Flecken anbieten zu können, muss auch bei dem Mast in der Regel Glasfaser liegen. Sonst kommen die Daten da nicht hin und nicht weg. Also so ist das zumindest geplant. Okay, das heißt also mit anderen Worten, sechseinhalb Milliarden von den Netzbetreibern an den Bund, aber der Bund gibt immerhin 70 Prozent von diesem Geld wieder für Glasfaserleitung aus, wobei ich sagen muss, also oft ist es natürlich auch so, dass so Mobilfunkstandorte mit Richtfunk angebunden sind. Das mag auch mit Richtfunk funktionieren, aber das, was ich so gelesen habe, ist das Glasfaser, der eben auch schon eine Rolle spielt. Also dass sie zumindest von guter Glasfaser auf dem Land auch noch profitieren. Okay, also dieser Konnex zwischen wir nehmen zwar viel Geld ein, aber das fließt ja auch wieder in den Ausbau, der ist nicht abwegig, würde ich nicht denken. Zu dieser Finanzierung noch, also da hatten wir ja Manuel Höferlin gefragt, der von der FDP-Fraktion im Bundestag ist, sprich von der Opposition und der sagt zu dieser Finanzierung, die wir eben geschildert haben, folgendes. Der Bundesfinanzminister hat zwar öffentlich beteuert, dass die Gelder ausschließlich in den Digitalfonds fließen werden, doch aus meiner Sicht ist dieses Versprechen angesichts der chaotischen Lage in der GroKo und den Ausgabenwünschen, die jetzt auch von der SPD kommen, mit größter Vorsicht zu genießen. Es könnte schon morgen nicht mehr gelten. Das käme dann für mich auch einem Verrat an der Zukunftsfähigkeit unseres Landes gleich. Es würde die Digitalisierung weiter ausbremsen und das darf auf keinen Fall passieren. Also da ist sozusagen das Misstrauen zu spüren, dass das Geld auch in diesem Form wandert und dann auch wie versprochen verwendet wird, denke ich, da muss man ihnen aber die Chance geben, das zumindest mal zu probieren. Genau, klar, also ich würde mal denken, wir bleiben dran und schauen, wie das jetzt tatsächlich funktioniert. Jedenfalls im Ansatz abwegig ist es nicht, haben wir gesagt, wenn das Geld in die Glasfaser ausbaut, tatsächlich fließt. Denn mal ganz ehrlich, wir haben ja auch ein Breitbandproblem, nicht nur im Mobilfunk, sondern auch in der Fläche. Da gibt es ja auch häufig das Problem, dass es keine vernünftigen Internetzugänge zum Beispiel für Unternehmen gibt. Genau, aber Geld ist ja nicht das einzige Problem, vor dem dieser Breitbandausbau steht. Also gerade im Mobilfunk, die Unternehmen klagen auch darüber, dass es eben schwer ist, Standorte zu finden, dass es Genehmigungsverfahren ewig dauern, dass es dann auch Bürgerinitiativen gibt, die irgendwie gegen solche Masten Sturm laufen und so. Ja, was ja übrigens Quatsch ist, das kann man bei der Gelegenheit nochmal sagen. Also wir sind ja selber so ein bisschen da mal diesen Fake News aufgesessen, das hattet ihr mitgekriegt und das haben wir ja auch kritisch aufgearbeitet, dass also Mobilfunk irgendwie zu Schäden führt. Das ist leider wirklich ein Quatsch und vor allem ist es Quatsch, sich gegen neue Handymasten zu wenden, denn wenn nämlich der Funkempfang schlecht ist, müssen die Handys mit viel größerer Leistung funken. Das heißt also, wie gesagt, es gibt ohnehin keine Belege für Schädigungen durch Handystrahlung, aber wenn überhaupt, ist es gut, wenn möglichst viele Masten dastehen, damit die Handys in den Händen möglichst schwach nur funken müssen, um die Masten erreichen zu können. Also sich gegen Handymasten zu wenden, um die Mobilfunkeinstrahlung zu senken, ist eine richtige Schnapsidee. Also ja, ich denke, man muss das mal abwarten. Zu den Kosten hat hier Thorsten Gerpott, den wir auch schon mal hatten im Interview gesagt, dass das völlig okay ist. Die Netzbetreiber, sagt er, machen in Deutschland zusammen 25 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, sind hoch profitabel und sie können die ersteigerten Frequenzen 20 Jahre lang nutzen. Also im Vergleich mit den 500 Milliarden Euro Umsatz, die Netzbetreiber bis zur erneuten Versteigerung im Jahr 2040 machen würden, seien diese Frequenzen eben nicht besonders teuer. Und es ist eher so eine prinzipielle Frage, ob man das Geld nicht hätte direkt irgendwie besser investieren können, aber kaputt gehen wären die da auf keinen Fall drin. Aber man muss jetzt halt mal abwarten, ob sich wirklich diese Funklöcher schließen, ob es durch diesen vierten Anbieter, der da jetzt im Markt ist mit seinem eigenen Netz, die Angebote für Verbraucher, Verbraucherinnen ändern. Handys sind ja auch noch nicht so richtig auf dem Markt, die kommen jetzt langsam erst. Also da wird es vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren spürbar was geben. Ja, so viel von unserer Seite für diese Woche. Die Lage der Nation ist umfassend erörtert. Wir haben aber noch so ein paar ganz kleine quasi Nachträge zur Sendung vor zwei Wochen, nämlich Podcast Addict, eine beliebte App für Android, war bei uns im Test ziemlich durchgefallen, weil eine ganze Reihe von Funktionen nicht vernünftig geklappt haben. Der Programmierer hat jetzt aber nachgebessert, also insbesondere bei den Kapitelbildern, da hatten wir auf Twitter so einen kleinen Austausch, da hat er erst mal irgendwie erzählt, nee, geht alles nicht, gibt es keinen Standard. Dann habe ich ihm gesagt, naja, Standard hin oder her, aber die anderen Apps können es ja auch und daraufhin hat er sich dann hingesetzt und die Probleme offenbar gelöst. Jedenfalls berichten uns das User, also wir hatten ohnehin eine Reihe Meldung von Leuten, die happy waren mit Podcast Addict, auch wenn die Kapitelbilder nicht, wenn die nicht funktioniert haben, früher jedenfalls nicht mehr MP3-Feed. Einige Leute sind happy mit der App, jetzt scheint sie aber doch deutlich besser zu funktionieren, insofern, wer sie nochmal testen will, nur zu. Für iOS soll es außerdem noch eine andere App geben, wir empfehlen ja immer Overcast, weil wir mit der, glaube ich, beide sehr, sehr glücklich sind, da hat uns doch ein anderer User die App Castro ans Herz gelegt. Die habe ich aber auch schon, das hat mir ein bisschen weh, dass wir die letzte Mal vergessen haben, also es ist ja insgesamt so, wir haben hier keine, es gibt eine Reihe guter Apps, das ist hier nichts Ausschließliches. Es ging einfach nur darum, ja, euch mal zu sagen, hey, weil so viele Fragen kamen, was sollen wir denn machen, dann, dass wir sagen, diese Apps kennen wir, die funktionieren. Das heißt nicht, dass alle anderen Mist sind, ja, Castro ist eine wunderschön gemachte App, ich habe damit so ein paar Usability-Sachen, aber das ist von der Funktionalität total gut, ist ein Indie-Team, kann man unterstützen, also könnt ihr euch auch nochmal angucken. Genau, in diesem Sinne würde ich denken, vielen Dank, dass ihr dabei wart diese Woche, wir freuen uns auf euer Feedback bei uns in den Kommentaren unter lagedernationen.org und vor allem freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns freundliches Feedback gebt bei iTunes zum Beispiel, ein paar Sternchen klickt und wenn ihr die Lage noch finanziell unterstützen wollt, gibt es nach wie vor natürlich die Möglichkeit unseres Plus-Abos, ja, unter küchenstud.io slash plus könnt ihr euch ein Abo klicken, kostet knapp 5 Euro im Monat, wenn man jahresweise zahlt, gibt es noch ein bisschen, und wir freuen uns natürlich über diese Unabhängigkeit, die insbesondere Philipp als freiem Journalisten ermöglicht, die Lage zu gestalten. Ja, vielen Dank und bis ganz bald. Bis dann, tschüss.